Musik 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 Ja Leute Diese Folge Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll Hype pur Wir haben ein neues Fahrzeug Scheiße nochmal Der Van hat Platz Wir Gehen wir einfach mal ein bisschen Stoff Schauen wir uns mal ein bisschen um jetzt wie wir mit dem Industrie Gut Neues Viertel neues Glück Schauen wir direkt mal rein Musik Also Man muss ja auch sagen ne Also das letzte Viertel waren nur Villen Was soll denn jetzt noch kommen ey Schlösser Ja anscheinend sind das halt wirklich jetzt Industrieheim Wo man halt richtig ausrauben kann Warehouse Ah fährt sich gut Fährt sich gut was haben wir hier Hier ist ein Schotterweg Musik Was zum Hier ist ne fette Baustelle Oh Was zum hier ist ne fette Baustelle Oh Ein Büro oder Ah da kann ich später so ein Lkw haben womit ich Container abtransportieren kann Jo was ist das Okay das ist halt wirklich ein Schloss Alter ich werde in Zukunft komplett gelünscht glaube ich Was ist hier Hehe hier ist ein Hier ist ein Feld Ah hier komme ich ja an die Hinterseite naja gut Guck mal hier geht noch ein Trampelfahrthof Hoppala Boah Ah ok das ist die Rückseite von Der fetten Villa Aber wo geht der Weg hin Was ist das denn Keine Straßenanbindung Oh Höh Verlassenes Haus Hallo Slenderman Alle Schönen guten Abend Alter Bruder Bitte Oh Boah ich hab gar keinen Bock da rein zu gehen Aber Wird schon gewissen was da drin ist Wird schon gewissen was da drin ist Okay wir Wir schauen uns mal um hier Ein richtiger DP hat vor Nichts Angst Alter Aha Hier ist ein Labyrinth What the fuck Also Arsch voll Hecken Alter und der Wald ist irgendwie ein bisschen creepy So rückseite Oh leu ich kann auf die Hecken drauf Da oben ist ein Fenster offen Da geht's in Keller rein Oh hier ist noch einer Und wie komme ich rein? Wahrscheinlich durch den Irrgarten Gut dann äh Verdächtigen mich ja jetzt hier nicht So Wir gehen rein Oh ne ey Boah Alter ey Was geht denn jetzt hier für'n Film Hä jetzt regnet's hier kaum betrete ich das Sicher dass das Theme Simulator ist ey Wie geht's nicht weiter Alter Warum ist das jetzt so Ey wehe die haben hier irgendeinen Jumpscare eingebaut ey Ich dachte ich reiß den Den Auf So weiter Okay Über die Außenbahn Na jetzt hier Oh Gott Gleich kommt riesen Pac-Man Aber ich hab ja ne 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 Brechstange Das heißt wenn hier irgendwer ist Ich glaub wir sind durch Das sieht gut aus Jetzt müssen wir aufpassen Hier kann man die Hecke hoch Oder in den Keller Oder in den Keller In den Keller oder die Hecke hoch Hecke hoch oder in den Keller Komm wir gehen Wir gehen in den Keller Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ey ich hab keine Ahnung Was die hier womöglich eingebaut haben Ich hab mit der Horrorscheiße abgeschlossen Mein Gott Nein 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 Alter die bleibt an Was du da denn jetzt Nein die haben mir Sachen eingebaut Oh Gott Das Ding fliegt gleich Pass auf Ich kenn Ich kenn die Alle Standard Mechanics Kenn ich Oder gleich kommt lauter Sound Oder sooo 2000 Diese dreckige Kackpuppe Ist hier ein Grab aller? Hallo Oh Oh Thick Booty Yeah Ho Ich glaub hier im Keller ist halt die Puppe Und er hier Der hat halt jetzt ein bisschen Stress gemacht Weh das knallt hier zu So muss die Wache Dahin Komm wir probierens mal über die Hecke Da vielleicht rüberspringen I try Ja hat geklappt So und dann da oben rein Aufm Dachboden Geil was ist schlimmer als Keller In verlassenen Häusern Hallo 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 Ja als ob der jetzt hier nicht draufkommt Willst du mich flicken? Scheiße Ach vielleicht kann ich den Kürbis einsammeln? Ehre Einen scheiß Kürbis Oh ich schmeiß den über die Mauer Ehre So jetzt sind wir hier um die Ecke Jetzt Und rein in die gute Stube Oh mein Gott Die Tür hat mich schon mal richtig hart Weggetrollt aller So rein So rein Okay die gute Nachricht Die Wachen sind draußen Die schlechte Nachricht Ich habe keine Ahnung was mich jetzt erwartet Halloween Die beste Zeit des Jahres Oh Nagelpistole Warte Wat? Das Ding will ich benutzen Geht aber nicht wahr? Oh Gott da sitzt wieder Ener Naben Dieter Okay wir checken hier erstmal alles ab Im Flur Das war ich Keine Panik Da liegt ein Kerzenleuchter Wir rechnen mit allem Wir rechnen mit allem Hier ginge eine Treppe hoch Okay Cool Vielleicht Vielleicht ist auch alles cool Vielleicht ist auch alles cool Vielleicht Erwarte ich hier zu viel Da liegt was auf dem Tisch Aber ich glaube wenn ich das nehme Ist der sauer Das ist völlig klar Deswegen Schauen wir Schauen wir erstmal hier Oh da liegt auch was Oder? Ein Schuh Okay So Na bin Jetzt gehen wir erstmal in den Oh Also das Thema sind hier so Steinmenschen Ja Oh Gott Alter Bruder Muss das sein Ey ich hab keinen Bock Dass die alle irgendwie erwachen Was ist das denn für ne Hütte? Okay ja scheiße Ja Ja Noch ne Puppe Der Sound war so billig und schlecht Und trotzdem erschrecke ich mich Es ist peinlich Also ich glaube die Die sollen nur für Atmosphäre sorgen Ich glaube nicht dass die hier jetzt irgendwie Krass viel Programmiert haben So ey yoi Ja 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 Die haben nicht viel krass Programmiert Alle Pippchen So was haben wir hier Oh gefließt ist immer scheiße Schwarzer Geldbeutel Oh der hat mich von draußen fast gesehen So wir haben alles unter Kontrolle Kontrolle Jetzt wirds nochmal spannend Spannend Gut Dann Gehen wir jetzt hoch Also wir haben gesehen Es gibt auf dem Dach ein Fenster Es ist offen Es ist ein klares Zeichen für Du brauchst gleich eine Möglichkeit wo du abhauen kannst Ich rechne jetzt mit allem Das stürzt Das ist jetzt das große Finale Das ist jetzt das große Finale Alter Junge Okay 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 Alter hier ist ja noch richtig viel Alter Rain 4000 Oh Dots Die Dots Wir sammeln die Bilder Das ist ein leerer Raum Der triggert irgendwas Nee Einmal leerer Raum Okay Cool 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 Alles cool soweit Ja ist cool Da ist noch ein Baby Jetzt wieder Hahahaha Alter was ist das denn Boah nee ey ich mach erstmal den Raum Aha Okay Oh hier sind noch so Vase hoch So gehen wir in den finalen Raum Das ist halt wirklich Ganz eindeutig Der finale Raum auch Vorher schmeiß ich immer die Bilder aus dem Fenster Oh shit Das war so nicht geplant Hat er nicht gesehen So Herrlich Knallt jetzt die Tür zu Erwachen die Effiniert So Erwachen die Effiniert zum Leben Halt's Maul Alter die fressen Geht mal zum Zahnarzt Ihr Otten Alter Boah ist das grad Alter Er hier WUH So Ja cool cool Habt euch was überlegt Hier mit Halloween Ja ist geil Dann hau ich jetzt einfach rein ey Okay 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 So jetzt sind wir auf dem Dach Und hier war ja noch ein Kürbis So So Achtung Scheiße Ah ich nehm den mit Scheiß drauf Über das andere Bild Hier So Über den Zaun Oh Gott geht das weit So Hier noch ein Bild So Und der Kürbis Boah das war ja ne Tour Wa? So Kann ich jetzt hier selber nochmal rüber? Jawoll Alter Oh Gott Slenderman So So jetzt wollen wir das Auto fahren das hier hin Alter Das war nicht ohne Haben sie Haben sie äh Jut hier gemacht mit dem Haus Jetzt mal Ganz off roll Das war schon sehr geil Alter so Nur weil eben mein Halloween ist ey Jetzt bin ich gespannt Wie das hier mit dem Van ist So Äh Einmal Zweimal Dreimal Viermal Viermal Geil alter So jetzt aber ab nach Hause Es 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 Gut Jetzt Gehen wir auf Black Bay Und gucken wir uns mal an was die Scheiße wert ist Guck mal hier Vier Puppen 16.000 Alter So viel Kürbisse gibt es da 28.000 für alle Kürbisse Die Frage ob wir die Puppen behalten Da können wir doch jetzt mal ein bisschen drapieren So Hier noch Die guckt ein bisschen weg Ist okay So dann kommt einer aufs Bett Ja schön Oder Guck mal Die könnte ich mal auch drapieren Perfekt So Okay Dann fahren wir jetzt Mit dem Dicken hier Und den Bildern Fahren wir jetzt hier zu Uranov Vladimir So Ja 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 Warte bin gleich da Pass auf Das Ding Du glaubst nicht Wo ich das her hab Alter Wo hast du das? Aus dem Horrorhaus So Rain Genau Da ist nämlich Regen Dots Das Smartphone Die Gitarre Dreifacher Kerzenständer Und die goldene Uhr Die sieht ja aber richtig gut aus Die ist einiges wert Rolex nicht? Nee So eben Danke dir Bitteschön Alter wieder so viel Knete gemacht Die Tür zu machen? Ja Ciao Entschuldigung Ja Freunde Dann würde ich sagen War das eine kleine Special Edition Thief Simulator Und wir sehen uns dann Later Tschüss Die Tür zu machen In der Ferse Für mich ist das eine kleine